ja aber mal bei frei sehr viel überfahrt als gedacht hätte 12 prozent getroffen natürlich es ist glaube ich besser ich einstieg okay und so jetzt kommt sie natürlich wieder an so aber die langsam aber sicher tun sie sich alle abtrennen so ein bisschen von der von der meute manchmal ich habe ja ich habe die silber anziehen geben ja ich liebe es irgendwo im platz sehen wo du nicht getroffen ist zum beispiel hier ja ich liebe es aber ich liebe es war mit den einschlag magiern erledigen kann auf den deckel geben kann er steht genau sicher so ich war noch gar nicht dazu zu heilen irgendwie ok ist ja nicht der hier ich darf hier sollte ich mich weg bewegen ich habe sollten wir machen machen wir das mal hier mal nach hoch wenn wir an ihr vorbeikommen auf uns losgehen dann erledigen wir die alle dann war was ich machen könnte ist ich könnte langwohnheiten der zunde in der fest date mit karl ich könnte aber auch wie stark bist du ich weiß nicht wie viel hat schaden macht da ist genau der gleiche schaden netz man weiß ich sehr gar nicht so wenig wenn wir den er das geht zwar mal treffen naja cool aber das wird sehr gut sagt aber ist okay ist total okay ist total okay jetzt kann er sie treffen er kommt mich an sie heran ich meine die beiden werden jetzt getroffen aber ist okay jetzt schon mal eben cool da war das ist dieser reichweite ich verstehe nicht ich stehe weiter hier aber ich sagen hat feuer muss ja irgendwie davon abhalten sich bewegen zu können wir machen wir dann das sollte doch ein bisschen abhalten sich zu bewegen ich glaube ja wenn wir mal da lang ich kann ja die kommen nicht hier hin wegen dem feuer genau sehr gut sehr gut sehr gut wenn ich habe noch alles unter kontrolle da bin ich denn 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 da bin ich denn denn ja ich vergiss aber okay ha 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 ich erledige nicht mal auf den armen so ok jetzt ein bisschen schaden von rio auch oder auch nicht aber da ist ein anderes teil ich habe die haben das gleiche teile ich aber wenn ich wenn ich genug bewegungsgeschwindigkeit hätte dann könnte ich den voll erledigen ich kenne mit einem schlag erledigen da mache ich jetzt auf das hinkriege muskeln das kann perfekt abweg sogar hin das war auch hier erst mal nicht machen muss ich sagen wir ja nur ein stürmende einschlag kein ding ich könnte auch mal gucken ich bin auch einfach hier reingehen und den töten da muss ich alle erledigen aber das werde ich noch schaffen so machen wir sind aber ein bisschen lustig hier also ich bekomme krieger lanza auch noch weit aber so ist ja überhaupt nicht überpowered perfekt bis morgen kannst du ob perfekt gehst du jetzt hier rein he 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 bewegen wir uns alle nach links auch hier muss ich aufpassen dann geht es klar ja die linke seite voll unter kontrolle das wäre ein grund ist bin ich gerne ein bisschen umbarmärzt und er kriegt jetzt selbst heilung vor jetzt gehen wir hier rein mit der macht vom balef tanzen wir das ist so eine geile fähigkeit jetzt war mein restjahr platt jetzt haben wir sogar noch ein schütz auf unserer seite hat wir auch noch benutzen können das ist sogar egal warum kriegst du in der stärke man da haben wir haben da unten ist auch noch eine mehrere so heißt es war ein rest natürlich hier erledigen aber wird schon klappen beim morst du nix wolf ah was mit der my socks coming Okay Ich bin zwar ein paar leute die erledigen glaube ich nicht dass wir sicher werden hier von verteidigung dann reicht sie nicht zu wenig leute hier muss ich ein rückzieher machen glaube ich ich kann schon längst wieder hinbewegen aber kannst du mich erreichen ich muss jetzt mal hier machen das ist das von der treffe jetzt mal nicht an ich kann ich hier mit der silberland ich kann nicht mit der silberland sind perfekt treffen ich bräuchte 29 schaden bitte gehe ich nicht hin da hat man sie wird der stärkere weiter sie läuft ne und du hast eine kritische treffer wahrscheinlichkeit cool okay irgendwie wird sie nicht stärker wird und überreiten hier abziehen mal ganz besser hier waren wir auf dem los wenn ich aber perfekt haben können ja eigentlich hat denn da unten kriegen ich habe ein avogado war ich gehe mit lucien ein hat man doch selber schwer dabei wenn gott sagt doch bringt aber nicht viel wir müssen hier mit links eingehen mit vogado so muss ihn einmal treffen wert reduzieren und so ja da finde ich gut 5 5 bringen wir deren fähigkeiten und sohn da mache ich jetzt ich kann nicht hier näher angehen leider ach und erreicht mich sogar gibt es jetzt nicht da müssen wir wohl wegrennen du musst weg du musst weg ich will dich am liebsten ja benutzen um dinge aufzuladen aber geht nicht ja klar so ist ja nicht so viel schaden machen warum kannst du mich da hinten noch treffen wegen dem blöden dinge ja gibt es jetzt nicht mal benutzt jetzt leichter blöde dinge dafür um mich zu ja auch der macht ja genau nicht was verdammt aber die kann mich damit nicht töten jetzt noch ein appell was er geht jetzt als erstes sein aber er genau um ihn gut kaputt ja jetzt bewegen sich schon wieder alle leute die ich nicht will wie sich bewegen und da kommen natürlich jetzt verstärkungs trocken ist klar sie ist gerade hier voll ein schuss reichweite von denen sagt okay der hat sich doch bewegt ich dachte erst jetzt nicht bewegt und dann erreiche ich leider nicht weil hey da gibt es nicht mal ich kann nicht näher an den herangehen wer ist die ganze zettel reichweite von uns da habe ich was wir erledigen ob bitte sagen möchten wir nicht in reichweite von nein allein ich du ja okay okay aber nur eine ein versuch den zu treffen okay lasst ich und ich ich da ist weil er in so eine reichweite ist von allen der west hat hier selber um 36 der kritik nicht so weit von weg warum kann ich nicht so wir machen halt folgendermaßen pass auf jetzt vielleicht mit den zeilen sollen mit man einfach den jetzt kommt out und man möchte beim zweiten mal mehr schaden dann bist du ein sieben platz ja so klein hat so das ding operieren machst du damit jemanden schaden machst du genau rein ich kann ihn damit nicht töten wer ist ja wohl ok ok aber nur wenn ihr beiden jetzt hier angeht würde mich da treffen so du kannst mich nicht mehr warte mal warum sich die hin 123 da ist wenn ich dich hier platziert ich kann mich ja nicht damit doppelten oder kripten oder in die artillerie weil es aber auf der reingehe da nehme ich nicht so aus es wurden die da reingehen wollen etwas sich ab ein bisschen unnötig etwa zwei prozent ich meine ganz locker ganz locker bleiben okay so er trifft niemanden mit vorn nur mit dings ich muss hier eingehen da ist nicht mit zwölf schweizer ledigen doch hier und ich habe mich auch anscheinend das muss den typen wie ein reichwort von den einen typen holen und da vielleicht mit ihm sprechen kann ich finde immer weiter hier weg packen so oh mein gott ehrlich ich glaube das hätte ich nicht machen sollen aber wenn der jetzt da oben lang geht in richtung richtung sie in griechen anfall ich kann aber noch retten glaube ich wo ich sage ich hier ja oder auch nicht ich weiß okay ich muss jemanden das ist eine chance dass eine menge chancen ich muss irgendwie dahin ja ein zwei drei ich meine da ein paar kanäle sah hier das wird nicht reichen cool irgendjemand hat oder stoßen ich kann schon irgendjemand hat stoß wer war wer hat stoß du hat stoßen du hast verlegen brauche ich so bete kriegst du nicht an der wand das hat da richtig das ist mehr ausweichung gibt so perfekt ich hoffe ich kann auch mit ihm reden der rest von der bus bewegt sich cool und ich habe noch nicht meine schatz die schatztronie eingesammelt schweine schweine also hat von klar wieder tempo weder cool so ich muss ja raus mit meinen leuten so ich musste ihn ja machen und ich hoffe ich kann ihn jetzt auch ansprechen ja da gehen wir mal abverhaltung schweine denn denn da t 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 da wir machen haben wir uns ein got mehr langer gasten ko till wachも jetzt hier war ich immer als wir vorstellen ja ich habe es ist so was ok so in der gruppe angeschlossen geist und wir können aber angreifen weil wir sind voll cool okay frage ist ob ihr lebend rauskommen so da ist so weit entfernt da hat mein gott so jubi ja noch mal zu gehen so auffällig 68 prozent habe ich noch nie im leben das ist diese trefferquote ich glaube nicht dass ich daraus heraus überlebe ich habe kein purgativ oder irgendwie so weit cooles das war halt auf gut glück gehoffene nein da gibt es wer nicht oh mein gott hängt das jetzt echt von linden ab ob wir überleben oder nicht da habe ich mich auf den armen nehmen wann machst du noch voran so also er kann sich selbst sagen hier könnt ihr mich erreichen auch wegen dem geschützt war dann da kann man jetzt nicht echt sagen dass jetzt hier von ihnen anfängt ob wir überleben oder nicht wir sind dort mal ich habe gar nicht genug leute hier gibt es nicht mal was bewegt sich auch schon wieder bevor ich die tor geplündert habe gibt es einfach nicht ich habe ja auch noch so weit weg okay aber sie kann ja nicht getötet werden vielleicht gehen sie auf sie los ich weiß nicht okay okay jetzt mal leben wird okay aber die kai ist einfach größten leben nicht wenn die sich beide auf jetzt kommt auf marine gekonzentriert hätten dann hätten wir ein problem gehabt aber ne habe ich nichts dagegen okay es ist ja selber wohnen vor den ja hat man überlebt hat sondern keine angst gegen die haben wir aber und zwar korin jetzt wird hier wieder nervig aber hammer kein ding ok das war auch hier locker ich hätte gerne da oben aber geht noch keine sorge er hat das recht ok eigentlich bündnis stehen ja mal den ja oder am besten ja ja vorliegt keine gefahr ja so ich packe immer hier rein weil ich brauche seine tanze kann auch nebenbei jemanden killen ja doch bock hat ist er immer hat so einfach was geht ja nochmal chaos ich möchte mit ihr das hier machen dann können wir natürlich auch die truhe einsacken wir gehen einfach mit ihr hin geben wir eine millionen weiter bewegung dann schnappt sie sich die tour bevor der boston zerreicht war jetzt gegen sie alle ihre fähigkeiten freier weg das ist die fähigkeit die ich nicht so kapier so ich habe ein stab den ich mal ich habe ein paar stäbe schon mal gekauft einfach nur für den fall und zehn stäbe ausgehen oder ja was uns die ausgehen eigentlich noch stoffe werde ich als heiler erstmal ab 2.000 fp alter ich habe sie extra lage lassen wegen sofort gute dem hauptarakter so was nennt sie für eine fähigkeit lahmheit jetzt sind wir als den kampf und erinnert dabei ein messer fix sie den gegner bewegung minus 2 ich lebe es also weit rum sehr cool so überrascht hat sie nicht noch ein zweiter dieb aufgetaucht ist ich habe noch eine menge leute er die nicht abschließen kann hier mit haha daneben sehr cool figur aber keine geschicklichkeit oder so oder glück morgen so sie ist natürlich ein bisschen gefährlich aber irgendwie ein einziger was jetzt noch gefährlich ist so so wie stark bist du triffst sie überhaupt nicht was tatsächlich nicht jetzt 92 treffer geschwindigkeit treffer genauigkeit und sie hat 94 ausgleich sie kann jonaka nicht treffen ich muss sich jetzt hier entschicken leider sind die beiden sich um den typen kümmern und sie hat überhaupt schaffen so auch schon mal den hammer raus ja 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 relativ chillig ist habe ich bisher ich habe mich da jetzt auch noch viel kommt kommt schon der boss also sehr cool da da kann man bloß dass die eine chance das gegen mich und meinen dann ich glaube ein bündnis einsatz nicht nicht und so rzf 5 für leute auf 5 gemacht heute ist ein gutes level übrigens goldener lotus während des kampfes kann der physische schaden der litten wird um 50 prozent reduziert eine chancen prozent gleich fähigkeit und er hat 24 das ist eine menge und so einfach jetzt machen müssen wir sind sie schatztruhe einen zu verleihen die so ja tanzen können wir auch noch also ist kein ding hier geben wir auch mal so ein dingen noch von der juni kann jetzt einfach nicht betroffen werden sie hat ein bisschen mehr kritz chancen jetzt aber ich zeige mich relativ unbeeindruckt weil sie hat leider nicht ein abgegräbtes tom aug so wie wir das heißen sie macht nicht deutlich mehr schaden und zu dem wie vor mehr schaden machen und ich wollte euch gerade gesagt er hat eine hohe chancen treffer chancen um und dran erst mal auf versuchen wir erst mal die treppen ladies das wird nicht so erfolgreich so ich habe irgendwie nicht ich habe irgendwie nicht registriert dass ich noch in reichweite mit jemand anderem wenn verdammt ich den ganzen zug gerade neu machen müssen vielleicht das ist eine vier prozentige triffenschutz hohe ich meine ich verstehe immer noch ein gefeiert wird zu werden aber so wo ist ja da hast du noch mal wahrscheinlich denken es nicht so ich muss jetzt eigentlich nur so schnell weg hierunter ich bin allerdings einsetzen will so erst mal den er will dann aber noch mal hier den hauptfaktor und dann nagen werde ich mal am boben fest es lässt sich nicht links erledigen können weil deine wert jetzt ein bisschen schwächer und das ist so brauchen sonst haben wir ein ein schaden sehr gut und lauf danke da haben wir gerade gesehen war mir figur ja du kannst nur die beiden angreifen das war ich kann auch einfach den ihr machen ja ja war ich auf diese torpedos so hat man ein kapitel auf gar nicht so schwierig ich meine ich habe ganz schön starke charaktere aber ich benutze nicht immer meine stärkste ich benutze meinen schwächsten charakteren also dafür hatte ich mal meine schwächsten charaktere einsätze halten wir uns noch relativ gut hier müssen wir sie eigentlich nur ein paar züge festlageln und gut ist wir haben sie ja platziert lapis kann euch den kill abstauben also hat er eine folge alt zu sagen ja und ich würde sagen wir haben es dann naja ein es war eigentlich nur noch lapis jährigen abholen lassen ich wollte sagen hat sich hier auch einmal gegner aus dem wasser gesprungen ich habe noch echte war statt niemand für diese eine stadt zu ihr kommen ist h du nimmst mich jetzt hier auf den arme ich erreichte ja um ein ding nicht gibt es jetzt wenn ich aber ich mache sie fällig als satt denn so ich muss jetzt aber noch mal hier einmal neuerdings einsetzen also war keiner möchte ich hier platzieren dann klappt das naja ja ich bin ich hatte aus versehen kritis aber wenn das so ist ein support mit vergadung sofort von meiner leute in den das support ja ich kann ich könnte hier sogar außerdem töten noch einmal tanzen jetzt kommt ja nicht schatz voran jetzt kommst du da ran wenn wir gar nichts und zwei zielen habe ich nicht das geld da haben wir ja alles und da ist irgendwas verdächtiges noch mit sagen ok da war relativ tschuldig habe ich gesagt hat gehabt wenn meine ich auch nicht mit der reden nein ok alter warum bin ich sie sonst fertig machen warum hatten jeder ihr kriegt chance gegen die ach deswegen habe ich schon geschwächt deswegen dann ja macht ihr völlig hoffentlich natürlich hast du ja als einziger hier nicht eine garantierte chance sie zu töten was er auf da wollen wir mal sehen ja na na sie gilt immer noch nicht garantiert kommen mit 62 prozent am leben 12 13 auch soja wegen linden weil sich angeschlossen hat da ist ja eigentlich gesagt keine stadt mehr oder so mich nicht ganz kapitel neu machen muss es jetzt hier noch irgendwas nicht reingehen mal hier noch ja schön auf die sachen maximieren naja macht die platte also einmal kreppen ja ok der geschäfts lapis immer hinterher zu hängen dem level ich weiß nicht wie sie hat die ganze anstellen so war ein recht fixes kapitel elf züge nur einmal den ersten zug hier soll gespult und dann lief es schon direkt okay das war relativ easy nicht gut ungefähr zwei stunden kurz nach zwei stunden ich habe ja doch sogar ein bisschen wird aufgenommen ordentlich mal der katze ok juli das kommt ich habe gesehen er bleibt anderen alten mann aufgenommen ihr könnt ihr sagen ich wagen aber in diesem kapitel sind immer alle leute die meinte kann man wieder irgendwie so wie so ein fehler vorne stelle wir brauchen noch ein schiffstelle mit einem alten mann da habe ich doch weiter ja gut gemacht wenn die ritter genauso viele gute werte haben wie du dann immer weiter ohne jetzt glaube ich noch nie cool ja okay da fand ich jetzt aber auch nicht so schwierig ich habe jetzt nur am anfang einen fehler gemacht hatte ich irgendwie so viele leute getriggert haben wir sind von allen seiten gekommen aber nachdem ich das dann im zweiten versuch nicht gemacht habe und ich alle auf mich durchgekommen sind ging das schon wieder ich bin höchster voll zuhören das prozess sind irgendwie noch nicht danke euch dass ihr mir kleid für schöpter göttlicher kein wenig dem neuen jahr auf okay später dörr fleisch je nachdem was für ein level hat nächste kapitel jetzt ist macht man in der story weiter oder eine nebenquest mal schauen ich würde ja schon fast machen sagen die haupt christen abschließen wegen mehr ringe und so hoffentlich mehr ringe war haben das so einfacher wird das spiel habe ich so ein gefühl sie gott hat zum beispiel relativ gut geholfen seine eine millionen bewegungsgeschwindigkeit weil ich weiter meine ich meine meine in den tag gegen den tag es hat niemand gesehen ich stelle mir einfach nur so vor wie ich mich damit irgendwie so von hinten so ein sack über den kopf gestülpt habt so nicht verwegen nicht mehr wie du kommst jetzt bitte kurz mit vor so einer hardcore kidnappen wohl übertrieben ernst ja ich bin euch habe ich schon geredet ich habe schon mit ihnen geredet hier locker und aber nicht alle leute potenzial ist zum beispiel nicht hier an als nicht hier also genau gegenteil was ich gerade gesagt hat mir dass jeder hier ist okay wir gehen zur weltkarte zusammenbrennen so ein mist ich trinke übrigens meine schon so gut wie ein ende aber das Ja, ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr so verabschiedet habe, ob ich es nicht mehr so verabschiedet habe. doch keine klima schon weil ich jetzt nicht so die anderen gerne mit einem super starken angriff teleka teleportierung und eine kreise, dann ist es sich um die runde zu verändern. Möchender kann es auch um die Kraft geben. Das kann ich auch noch stärker sein. Man könnte uns auch ein Blatt geben. Wenn ich mich alle alle so sagen, dann kann ich das auch an. Das ist der Motto. Wenn ich mich nicht vor der Linie vor dem Link bedienste, hat der embleme hat ja jemand zukunft gesagt es ist aber es ist es ist es ist es ist es ist es ist ich bin das wunder oder werde ich zu so bringen weil ich auch zu so ein emblem wenn das hier ein spätere spiel werden wenn das jetzt der 17.3 wäre der 18. teil dann wäre der hauptpartei augenringen nicht gewesen erfahren klasse erfahrene level 7 nach einem erfolgreichen abgewährten angriff auf die see reichen die gruppe einen lösianischen hafen ich würde schon fast sagen wir machen dann nächstes mal bei der story schon weiter weil die emblem kapitel haben es relativ in sich immer ja ob story quests sind noch relativ schwierig ich meine das habe ich gesagt nach kapitel 17 was voll brutal war aber diesmal bin ich etwas positiv war sind dabei schaffen wir gehen natürlich zum somniel keine nebenquests freigeschaltet weil wir haben auch keinen ring bekommen und so ne ist klar wir tun wie gar keine nebenquests zu freischalten so in sachen die anna oder john bekommen haben ja da wird auch mal ein paar mehr kommen aber anscheinend nicht ist nur die beiden bis jetzt denn band gespräche sind jetzt verfügbar zeigt her alter brunnen flohmarkt neue ware da kann ich mir eine neue angekaufen wir sind hier aus mal was mal den ja so linden da schon direkt auch schon direkt ein gespräch geben ich habe den ein paar mal geheilt oder so glaube ich umgekehrt er hat mich noch ein paar mal die eintrittsprüfung ist jetzt gut von jemandem trinken so wie ein grauer wächter aus dragon age dafür müsste er nackt sein das ist das ist das ist das ist Bis zum nächsten Mal. ich habe erst nicht gewusst in welche richtung dieses gespräch geben ich dachte erst diese sind bedrohlich musik am anfang sollte irgendwie ablenken und am ende stellst du noch aus die mann immer voll harmlose so dämlich ist so dieses experiment soll dienen alle glücklich zu machen ja wir haben einen ultimativen kuchen gebacken oder irgendwie so weit weil da mal die musik immer noch dran weil wie merkwürdig okay und eti schnucklige ich dachte sie will aber als andere ihr misstrauen du hast mein herz gestohlen es gibt es sei war ja nie weil ich das was so kann konntet ich war 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 sondern haben wir band gespräche vorgadung kommen als geht es blöde ist korin da bräuchte ich langsam mal muss ich mal lange ihre quest machen weil ich kann meine schützen haben sie schon maximal gelevelt das bedeutet ich mit erfahrungspunkte aus dem weg aus dem raum schweißen mir gefällt die musik im hintergrund aber haben wir schon eine neue musik wieder das war sehen die schulter da war am anfang er er darf man die erste musik genau die haben wir noch gar nicht alle abgespielt ja wir haben die noch nie abgespielt die ganzen lieder ich möchte was war neu flomarkt und alter brunnen mein alter bundes immer neue lass mich mal in flomarkt abchecken ja wo ist linden wenn man sie mir mit seinem casual klotz aussieht du bist zu lehnen irgendwie sei er nicht das geht ich bin tatsächlich im sonne eine weitere geschichte ich meiner frau auf der anderen seite erzählen kann ich habe irgendwie gefunden wenn er jetzt irgendwie voll mit so ein mit so richtig casual klamotten herumlaufen würde ich weiß nicht warum das erste was mir in den kopf gegangen ist irgendwie so eine klassische klischee rapper aufmache mit so gold ketten und capi und sonnenbrille und so ist das erste was mir in den kopf gekommen wir sehen ja was geht göttlicher ja ja ich trage solche sachen außerhalb des kampfes soll jetzt mal haben wir hier zwei sterne dinger eingepackt haben wir jetzt bekommen das sieht nicht gesund aus so dem buch elfen licht und starbogen so wir packen erst mal eine ratione rein warum hat wir hier noch haben fakte bringt überhaupt nichts ich würde sagen wird schon immer die sachen ein okay so viel lang spieler brauche ich nicht die war hier bekommen er war doch gekommen ich nicht den stahl anzunehmen und starbogen naja ich bin von eiswesen seien auch ich hatte drei sterne noch mehr sachen aber ist ja gucken vielleicht gibt man ja bestimmte anzahl von stern über bestimmte sachen so dann gehen wir zum flormarkt und da noch ist vormarkt 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 das ist so da wird die unten links nie angezeigt aber das stimmt ja auch gar nicht da muss rechts angezeigt werden ich glaube ich die direkt zum flormarkt irgendwie hierhin teleportieren ich muss immer ja gucken wo der noch mal ist mich da in der nähe parken so niemand ist hier also kannst du klauen da silber waren aber allerdings so selber waren sind nicht schlecht damit kannst du mal die stärksten waffen die hochleveln aber 5000 ist eine menge asche und daher muss ich gerade bekommen ja voll wertvolle sachen bekommen ja okay dann gehen wir in die arena noch dann sind wir eigentlich schon völlig ne ich könnte natürlich auch ich glaube ich kurz davor einige leute hier hoch zu leveln vom band her kann man auch direkt machen und dann packen wir doch schlafen da rein alle ja schon mal seien dings ja gewernt ja auch nicht schlecht mit dem sonnenbogen level ab weiß nicht mehr was du bekommst ich habe irgendwas mit weiblichen charakteren war dann ist es zweimal treffen leider so oder so geschafft hat er bleibt sehr gut gleichfalls aber irgendeine kontakt fähigkeiten konnte die einheit kann sie zuhört sich schaden zu viel gleich 50 prozent des erlittenen schadenschance in fähigkeit prozent den fähigkeiten also 22 hat irgendjemand schon im wert maximiert ein immer noch nicht sie ist immer noch die einzige gewesen er kann 23 fähigkeit dass ihre treffer chancen kann nie mehr erhöht werden was habe ich warten und so lapis dann geht um eine reihe ich glaube nicht dass wir sie auf 5 kriegen aber wir können es aber versuchen ätter ist auch irgendwie noch aber irgendjemand den du erledigen kannst bitte nein das ist gut der zu viel verteidigung ja ich hab wollte wirklich am meisten arbeit in sie rein und sie kriegt einfach nichts hin verstehe das nicht irgendwie eine falsche waffe muss ich irgendwelche andere schwertkampf voll geil aus man gar nicht pause zwischendurch ein gespräch mit ihm ich habe gedacht die beiden hätten gespräch so als schwertkämpfer nur die streiten mich irgendwie nicht so als so schwertkämpfer normalerweise so also so echt traditionelles schwertkämpfer immer so in vk in vm sieben der schwert dämon in diese sachen sagt wie so meine meine klinge durstet nach blut macht dich zu kampf breit der war immer noch der geilste schwert meister ein feier mit vm sechster die volle ältere schwertkämpfer der sich irgendwie der in rente gegangen ist und jetzt irgendwie nur vom schwert dämon zum schwert heiligen gekommen ist geworden ist er war nicht schon immer cool und vor allem 6 später vor einem dem sieben aber dann wollte ich jetzt ja noch mal machen im leben hochlevel weil er ist doof gemacht ich kann nicht sehen wen die da ausgerüstet haben wer war auf level 9 alfred und messina können da passt okay machbar ein bisschen da kann er über level 10 sie hat so haben wir sehen alles rapier aus dieser tod hat den schaden halbiert der runde sogar ab wie geil ist das denn die hälfte vom 5 wer 2,5 der 100 sogar ab 3,000 Jahren wach ich Maricke die die 1,000 Jahre . also auch du oh du w du santa gut ob der fang und dann sollte ich mal gebraucht machen also schon werde ich relativ kurz vor allem verhältnisse finde ich ja ich brauche keine neuen ringe oder so ich wollte erstmal meine charaktere wieder ab weil ich noch machen könnte ist ja ich konnte ja mal noch mit einigen leuten reden ist ja immer noch der wir haben jetzt 23 uhr ist immer noch mein geburtstag von daher vielleicht wenn ich mit leuten reden vielleicht wenn ich mit leute rede mit denen ich vorhin noch nicht geredet habe vor wenn die kapitel reingegangen sind dann geben die mir gegenstände wieder also alle leute mit denen ich nicht geredet hatte zum beispiel mit jahr geredet obwohl ich da mal gucken damit die gleichen leute alles kurz zum geburtstag wenn wir in heimathof werden würdet immer über danke wie das okay da muss ich jetzt einmal kurz hier umrennen weil das sind als geschenke die ich bekommen kann von daher von daher gehe ich gerne mal hast du mir überhaupt gratuliert kollege das kollege ist gerade neue betonieren wir gefällt gut ist der zweitsegel hatte ich gerade bekommen aber da kann man direkt mal verkaufen die märer weiß welcher tag sollte ist jetzt zum geburtstag wenn euch später so richtig frei mit guten ordentlich geritten fleisch cool cash zum pflegen fangen oder was irgendwie ironisch die geben wir alle geschenke damit ich denen die geschenke jetzt zurückgeben kann oder erlauben ihn mit einer tasse t2 die hat schon also ja da habe ich oft geht eine menge geschenke die ich vertragen kann nicht schlecht was immer zu sagen nicht gedacht dass wir so schnell nach elusia zurückkehren ich muss bereits ein solches geschehen mag aber keine sorge meisten deiner familien mitglieder sind schon tot also sehr viel kannst du jetzt nicht mehr verlieren glückwunsch göttlicher ich habe ich kann euch von nur ein jedes jahr zum geburtstag gratulieren auch im großen teller haben sich zwei abgeschwachen jetzt ich nur kurz zum geburtstag der nähe wo ich würde ich gerne feierliche blumen bereichen wenn ich könnte okay da ist eine gute anspielung ja bei den feiern im freehaus ist da gibt es ja auch so ein ingame datum also jetzt nicht so wie hier aber was ja auch so ein kalender und charaktere die ganzen schüler die kanalik geburtstag haben und wenn die geburtstag haben dann kannst du den blumen schenken das ist irgendwie so ein kalender irgendwie der immer abgegangen wird und dann irgendwie eine schüler geburtstag kannst du ja ausweiter den blumen zu schicken herzlichen glückwunsch zum geburtstag ich lief schon eine weile ich das soll mir noch mal ich persönlich gratulieren zu können ich habe gar nicht gefunden schade also ja eine gute anspielung sehr clever ich sage mich mein volk es wird mir die schuld an dieser situation geben das aber das trage ich mit fassung also im nächsten part wenn wir eine menge supports haben nämlich die hat schon gratuliert nein doch nicht ich habe doch geschenkt habe wort man schon gratuliert wer hat mir noch nicht gratuliert ich muss dich finden an der hand am anstieg da ist gratuliere mir ja schon ich glaube ja wenn ich meine finger an welchen schon ansprechen so aber erwartet demnächst eine menge support gespräche weil ich muss die ganzen gegenstände verteilen ich muss erstmal herausfinden wer wer hier was mag und sohn muss ja alles erst mal ja so nachgucken ja wo sind wir in den dingen wir haben bei jedem gucken so haben muss ich mir jetzt hier was geben da kann ein bisschen dauern ja wo ist ja linden da das ist jetzt zweiter weise wir waren sieht mehr aus wie so ein großpriester ehrlich gesagt so ja ihm ist man natürlich auch ein paar fähigkeiten geben müssen also im vergleich zu ich würde jetzt fast raten sie drehen also sie ist ganz unten sie können wir besser 2 25 18 16 2 25 18 16 er hat mir fähigkeit 12 1 28 mehr verteidigung etwas weniger resistenz viel weniger glück also sie ist er hat eine macht 112 sie hat aber sie hat auch hier noch geschwindigkeit und so bekommen so er könnte schneller sein als sie ist auch glaube ich ja er ist viel schneller als sie 19 geschwindigkeit er ist 117 dann hat er 8 der ist aber besser warum trainiere ich ja eigentlich die leute ja gut zu wissen haben wir noch ein heil ab nächstes mal werden wir aber wieder ja in anderen gruppe hier rein rocken jetzt die karaktere auf der fünfte fähigkeiten bekommen dann was das heute beim nächsten mal ich würde einfach sagen wir täckeln einfach mal die hauptstorien er wird schon gut gehen mit die anzahl der regen die war ja schon haben der aussitzung jetzt jeder eine entwickelte klasse und so da wird schon klappen denn einmal diesen ausrutschein kapitel 17 nicht mal gesehen habt der ein bisschen ungut ausging aber jetzt schon klappen ich habe überhaupt nicht geguckt hat von leveler ist ehrlich gesagt das war kurz zurückgehen ich habe gar nicht geguckt hat von leveler bis 7 jahre oder habe ich geguckt ich glaube ich habe ich ja gesagt wir macht die auf story da wir sehen ja aber ich würde sagen ich mache hier einen nicht ein schnitt ich mache ja ende feierabend feierabend und der nächsten folge machen wir in der story aber weiter vielleicht immer noch einen neuen charakter und so ich weiß nicht ist sowieso irgendwie oberste priorität ne kraft da ist wichtiger als keine ahnung emblem level würde ich sagen mein charakter bedeutet neue möglichkeiten bedeutet neue kraft dann nehmen sie gleich dank schon zu schauen ich hoffe ich habe gefallen wenn das bitte ein lackern aber ein kommentar das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten folge wieder tschüss ich werde in eine sekunde unsichtbar sein